So, wir gehen jetzt zur Witchfinder Station. Da war ein Schloss vorne. Ich sehe jetzt das Station? Ja. Hallo, Witchfinder Station. Ich scanne gerade, ob hier irgendwas versteckt liegt oder so. Oh no, wir kommen da gar nicht hin. Okay, das heißt, wir müssen da hintenrum hochklettern. Laufen wir mal schnell dahin. Ich starte jetzt von hier, aber da gibt es noch ein Weg. Witchfinder Station. Oh, da blinkt irgendwas. Babert. Schubert. Oh, hier. Auf so einen Stuhl sitzen und dann die Aussicht. Boah, hammergeil. War da vorher so ein Fels? Das war doch alles flach, oder? Da drüben ist ein Reim. Jetzt Reim. Lesen wir den Reim. Ein mutige Held verließ sein Haus und zog nun in die Welt hinaus. Doch aus den Wäldern kroch der Isegrim. Nur Böses hatte er im Sinn. Und alles, was er fand im Haus, fraß gierig schingend er dann auf. Und als der Held zurück einst kam, von seinem Liebchen blieb nur ein Arm. Boah. Check ich das hier nicht so. Gucken wir uns erstmal außenrum um. Zum Beispiel hier. Ein Übergang des dunklen Ortes braucht einen Anstoß aus beiden Richtungen, um sich zu manifestieren. Die Realität in unserer Welt wird durch wiederholte, an einen Ort gebundene Dunkelheitüberlieferungen zerfressen. Und einen Kontrapunkt, ein Kunstwerk, eine Horrorerzählung, die in den Tiefen des dunklen Ortes entstanden ist und eine Verbindung zu der Geschichte auf der anderen Seite herstellt, um durch den geschwächten Schleier zu gelangen. Eine Geschichte über einen Gesetzeshüter, dem das Herz aus der Brust geschnitten wurde. Zwei korrupte Männer, die durch ihren eigenen verdrehten Ehrgeiz getötet wurden. Eine verfolgte Frau, die in einer Badewanne ertrunken ist, verdrehte Reflektionen auf der anderen Seite des Spiegels, Högen, die durch die Realitäten stechen. Die Verstärkung des Einflusses des dunklen Ortes. Diese Elemente wirkten zusammen und bildeten einen Rinnsaal, das zu einem Sturzbach wurde. Ein Wurmloch, ein Vortex. Und die Kunst, die Landkarte, wurde zum Alptraumgebiet, in dem der dunkle Ort in unsere Realität eindrang, eine Decke über sie legte, wo sie sich überlappten und in die Realität, wie einen schlechten Traum, in eine Schleife verwandelte, die alles und jedem in ihrem dunklen Gebilde des Horrors umgestaltete. Oh, da zuckt es wieder ein bisschen mehr. Zuckl, zuckl. Ich habe das Gefühl, das Spiel muss ich irgendwie nach jedem drei Part so, ähm, mal neu starten. Keine Ahnung. Noch mehr dieser Kinderlunchboxen. Es zucklt auf jeden Fall ein bisschen heftiger. Natürlich wirst du Erfolg haben, sonst wärst du nicht der Held. Hihi. Schon wieder, Leute. Mal kurz hier runter, nur um abzuchecken. Ja, hier kommt mal einer runter. Gehen wir mal ins fiese Haus, falls wir da reinkommen. Okay. 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 Tipp des Tages. Wenn beim Wandern die Natur ruft, sollte man zuerst die Windrichtung berücksichtigen, bevor man sein Geschäft verrichtet. Beobachtungen. Ausflügler haben die Äste von eigenen Bäumen unten am See abgebrochen, um ein wildes Feuer zu machen. Ich habe versucht, einige der Schilden zu beheben und das Gebiet gewässert. Vielleicht sollten wir mehr Hinweisschilder aufstellen. Ich habe auch einige Färben gefunden, die ich nicht zuordnen konnte. Ziemlich große. Ein Vielfass? Oder verschmierte Fußspuren? Wie auch immer. Sie verliefen in seltsamen, unerklärlichen Mustern. Vielleicht stammen sie von einem kranken Tier. Ich werde die Augen offen halten. Ne, ich wollte nicht raus. 724 Gedicht des Tages. Die schlummernde Sonne weiß nichts von den Leiden der Menschen. Die sich winden und wenden, sich sorgen und quälen und sich nach ihrem seligen Schlummern sehnen. Beobachtung Aber ein Haufen Müll aufgesammelt, den die Touristen hinterlassen haben, obwohl ich sie darauf hingewiesen habe. Menschen sind das Schlimmste. 25 Gedanke des Tages. Jede stattliche Kiefer war einst nur eine kleine Eichel. Beobachtung Es wächst viel nach in der Gegend. Einige der Setzlinge, die ich früher gepflanzt habe, gedeihen prächtig. Das muss an den vielen Regen liegen. Mir macht er nichts aus. Ich liebe das Geräusch beim Einschlafen. Schon erstaunlich, was eine gute Nachtruhe und eine warme Tasse Tee bewirken können. Ja, und Schluck Wasser. Einen Moment. Wer viel liest, der viel trinkt. Oh, die Geräusche. Das sieht da hier auch alles schön aus, oder? Das Reflektieren hier in der Spüle und so. Oh, das Geräusch kennen wir doch. Das ist doch dasselbe wie bei den Gede... Ja klar, dass das jetzt ausgeht. Ich hab ne Knarre. Ich hab mit dann auch so... Oh. Passwort. Eins, zwei, drei... Ey! Alter! Der lässt mich nicht löschen. Eins, zwei, drei. Hätte ja sein können. Oh, da gab es sogar zwei Eingänge. Atme doch nicht so laut. Oh Gott. Ruhe in Frieden. Ich hoffe ihr seht was. Ich glaub die streichelt gerade den Hirschkopf. Die hat's mit Hirschköpfen. Oh. Heldenpuppe. Ah. Okay. Cremepuppe, Heldenpuppe und Wolfspuppe. Wir haben alle Puppen. Bis jetzt. Äh. Ach so, hier. Sammeln. Testorte am Cauldron Lake. Standort Vorbereitung. Hinweis. Witchfinder Station 2. Flussufer 1. Ferienhäuser am Cauldron Lake 1. Oh. Oh. Okay, werd ich geblockt. Ziel. Untersuchung der realitätsverändernden Effekte, die im Gebiet des Cauldre Lakes entdeckt wurden, unter Nutzung von Fiktion und Kunst als Quelle und anschließende Manifestation der Resultate in die Existenz. Methodologie. Das FBC will in diesem Forschungsprojekt mit Kinderreimen im weiteren als Fiktion bezeichnet, experimentieren und versuchen, die Bedingungen nachzubilden, unter denen das geschriebene Wirklichkeit werden würde. Die Hypothese lautet, dass die Fiktion die Realität auf zwei verschiedene Weisen beeinflusst, entweder indem sie Ereignisse weitergibt, die bereits stattgefunden haben, aber in ihren späteren Schöpfern nicht bekannt sind, dessen Schöpfungsakt daher zum Katalysator für diese vergangenen Ereignisse wird. Nachdem sie zur Quelle ihrer eigenen Inspiration werden oder indem die Fiktion selbst die treibende Kraft in ihrer gegenwärtigen Zeitlinie ist und den Schöpfer als Medium benutzt. In dem Experiment werden wir Kinderreimtexte mit einer bestimmten Funktion kreieren und dann die dargestellten Puppen und Symbole nach Bedarf in einem sorgfältigen Testprozess mit dem Ziel verwenden, dass sich die in der Fiktion erzählte Geschichte im wirklichen Leben manifestiert. Es werden verschiedene Kombinationen von Puppen, Symbole und Reimen ausprobiert, um eine große Menge an Daten zu sammeln, in der Hoffnung, dass sich ein Muster ergibt. Die Methoden werden im Laufe der Tests auf der Grundlage unserer Ergebnisse angepasst. Okay, da stand jetzt vier Dinger. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht eins verpasst. Machen wir erstmal die Lunchboxen, die wir gefunden haben. Wieder alle Colvern Lake. Haben wir somit alle gefunden? Ey! Haben wir somit alle gefunden? Sieht man das? Ne. Wir haben noch eins. Okay. Ähm, dann... Kultverstecke. Auch am Colvern Lake. Und jetzt die Kinderreime. Lassen wir mal die Puppen. Sieht so aus, dass es noch mehr Puppen... Okay, okay, okay. Aber... Ist das Cauldron Lake? Ne, ne? Steht da seltsame Puppen. FPC-Akten. Hm, 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 hm. Was sind das für Dinge? Reime von Bright Falls, Reime von Colvern Lake. Macht keinen Sinn. What? Okay. Nur damit wir alles hier haben, damit das Spiel nicht meckert und der mich nachher das Rätsel irgendwie nicht lösen lässt oder so. Schon war ich's ja nie. So, das war's hier, ne? So, hier ging es sich ja um den Helden, ne? Oder? Der mutige Held verließ sein Haus und zog in die weite Welt hinaus. Doch aus den Wäldern kocht der Isegrim nur Böses hatte er im Sinn. Und alles, was er fand im Haus, rass, gierig schlingend er dann auf. Und als der Held zurück einst kam, von seinem Liebchen blieb nur ein Arm. Schiff, Auge, Bonbon. Ist das vielleicht der Wald? Aber er kam ja nicht aus dem Wald. Also der Held ging weg, dann kam der eine aus dem Wald, frisst alles auf. Und dann, als der Held zurückkam, von seinem Liebchen blieb nur ein Arm. Ich denke mal hier, der Hund ist dann gefressen worden oder so. Von seinem Liebchen blieb nur ein Arm. Lass ihn mal hier im Wald. Ich hab keine Ahnung. Wird das denn markiert, wo die Reime sind? Ja, ich glaub schon, ne? Hier, Kinderreime. Ja, sehr schön. Ach, hier ist sogar noch ein Behälter gewesen. Im Haus. Wann hier im Behälter? Rechts in der Ecke. Hier? Ach, hier. Es ist halt wirklich immer schwer zu sehen. Oh, ein Shotgun-Money. Sogar acht Schüsse diesmal. Nice, nice. Kinderreime. Simon Reimen. Das war das mit dem... Ja. Gehen wir mal mit dem ersten hin. Ups. So. Hier war der erste. Ein Vogel für das Licht. Zwei für die Dunkelheit. Drei Vögel, wenn der Kampf ausbricht. Vier für eine Schlacht. Fünf Vögel für die Wunden. Sechs für die Geschunden. Sieben fürs Ende. Was immer es ist. Und hier ist ja das Haus. Müssen wir vielleicht... Ähm... Zum Beispiel den Superhelden jetzt hier ins Haus. Und dann sind die Symbole anders... ...in einer anderen Stelle. Licht und Dunkelheit. Kampf, Schlacht, Wunden, geschunden. Oh mein Gott. Ich hole den Held mal und lege das dann da. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist, aber... Und Schlüssel haben wir... Wir haben zwar einen Schlüssel... ...aber den konnten wir bisher nicht benutzen, ne? Da war ja irgendwas mit Flussufer. Nehmen wir mal den Helden weg. Da ist ein Bonbon, Kükenbaum... ...Auge und Dings. Äh, wie sehe ich denn hier meine... ...Dagegenstelle? Schlüssel zum Kultversteck am Fluss? Am Cauldron Lake. Aber solch ein Rätsel ist halt... Ähm, ich mag sowas. Ich habe auch nichts dagegen und so. Aber... ...jetzt für so... ...aufnehmen... ...wenn ich jetzt rumrätsel und hin und her laufe... ...ist das schon ganz schön... ...ist das halt echt doof. So würde es mir nichts ausmachen, wenn ich hin und her laufe... ...und, ähm... ...ich sag mal, ausprobiere und gucke und so. Nein. What? Warum hat sie jetzt Nein gesagt? Sieht falsch aus. Okay, die kommentiert... Ja, äh... ...jetzt wird es... ...äh... ...versuch's weiter. Warum kommentiert sie das denn? Okay, das heißt... ...die Puppe ist gar nicht hier. Also ist das wirklich für Vögel? Aber ich habe doch keine Vogelpuppe. Leute, warum macht ihr mich denn jetzt so durcheinander? Ich bin jetzt voll lost. Das ist auch plötzlich was kommentiert. Eben hat sie die ganze Zeit gar nichts kommentiert. Also war das richtig, dass ich den im Wald gelassen habe? Oder was? Und das ist ein Vogelgedicht. Und ich habe eine Wolfspuppe. Das will ich jetzt mal testen. Wenn ich den jetzt hierhin tue. Hier kommentiert sie nichts. Das heißt, der Held muss hierhin. Wenn ich den Wolf hierhin tue? Nee. Nee. Also ich gehe jetzt einfach mal von aus, weil sie nichts sagt. Gehört der Held auch hier zur Geschichte. So. Da geht es aber hinten um Vögel. Das heißt, ich muss die Krähenpuppe da wegnehmen. Hier hinbringen. Und die Wolfspuppe kommt dann hinten. Da können wir auch direkt mal speichern. Nur für den Fall. Das war doch vier, ne? Wir müssen uns hier nochmal durch. Worum ging es denn wir? Eine Krähenmutter hockte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. So. Wenn ich jetzt den Wolfi hintue, sagt sie, nee. Ah, doch. Vor allem geht hier, das ein Ding könnte in ihr Revier und ein Recken würde es brauchen, sollte je ein Wolf im Nest auftauchen. Ach so. Also gehören beide hierhin. Also die Muddi beschützt ihr Kind und der Wolf kommt aus dem Wald? Oder umgekehrt? Also die Krähenmutter hockte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützt ihr Heim vor allem mit Tier, das eindringen könnte in ihr Gewirr. In ihr Gewirr und ein Wämmeres Woll. In ihr Nest. Und das Woll. Leute, ich habe gerade keine Ahnung. Brauchen wir mehr Puppen? Brauchen wir mehr Puppen oder nicht? Und so weiß ich gerade alles gar nicht. Drei Puppen und drei Reime und hier reden sie von einem Holz, äh, Holz, äh, von einem Wolf und einer Krähe. Ah, ich würde jetzt gerne so einen Tipp oder sowas, ah man, es wäre schön, wenn man es live streamen würde. So, nur ein Tipp, nicht die Lösung, nur so ein Tipp, so, habe ich alles, was ich brauche, mehr will ich gar nicht. Flussufer, Versteckschlüssel, Schlüssel zum Kultversteck am Fluss, am Cauldron Lake. Also kann ich vielleicht doch nach hier. Geh mal kurz gucken. Aber nee, es ging ja nicht, da habe ich doch schon versucht. Oh no, bitte geh weg, ich habe keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Komm, geh weg. Ein Schatten bewegt sich in der Dunkelheit. Achso, hier kann man gar nicht schreien. Hier vielleicht. Hmm. ich kann ja nochmal zurück kommen ich denke mal dann lasse ich das erst mal mit den gruppen das ufer oder vielleicht hier runter von hier weiter runter es gibt ja sonst kein fluss das muss ja hier sein hier war auch nichts immer da weiter im wasser ein obwohl da war ich doch auch schon da am wasser ich wollte sagen mit dem gruppen rätsel dass ich dann einfach irgendwann mal später wiederkommen ich das oft kämen mal rumprobieren beziehungsweise ich nehme das auf und wenn ich dann lösungs weg habe dass ich das dann irgendwie reinschneide ja dass ich das dann auch aufgenommen habe weil wie gesagt ich würde ich würde jetzt wirklich eine halbe stunde die ganze zeit haben hier rüber ich würde es jetzt wirklich die ganze zeit ausprobieren aber dann ist es doof mit der part länge und so muss ja auch nicht sein ich verspreche ich gucke keine lösung oder so macht dann einen auf so geht das eventuell wenn ich lange dran hänge und ich sehe wirklich keine lösung oder so dass ich versuche mir da irgendwie so einen kleinen tipp im sinne von kann ich das jetzt überhaupt lösen oder nicht so zu holen dann geht es jetzt erst mal weiter die dinger kriege alle nicht auch ja hier lang wir müssen ja zurück zum auto mit ellen und casey zurück zum polizeirevier glaube ich ne breit vor uns ich sehe noch mal lang nehmen wir die abkürzung also rechts einmal rum und dann hier einmal rum immer ganz kurz nach hier vorne weil da konnte man auf dem buzzer drücken frau gepläst also wir haben geredet so johann fbi wir wollen ihm fragen stellen hat man nur so ein rauschen gehört und das war's sehen ob jetzt was passiert also wir müssen auf jeden fall nochmal zurück weil wir brauchen ja auch was hat der für weg wir brauchen ja auch einen bolzenschneider um okay spawne da einfach gegner ein bolzenschneider um ins ferienhaus da zu kommen und ja kann ich das jetzt aufsammeln da ist das so ein ding so eine whiskyflasche ja gut die typen sind jetzt bestimmt weg nein sind sie nicht boah da war der gerade das ist doch gar nicht auf den schuss reagiert das ist doch gar nicht auf den spielten karten im wahrenhaus das ist jetzt mal unkommentiert so ein licht oder so immer schön oder das heilt uns doch oder so stand da nicht irgendwas wir fahren mal im auto ich hoffe unsere energie regeneriert oder so und geier ich glaube ich bin hier fertig wir sehen uns am parkplatz ich gehe nach bright falls zurück eigentlich bin ich noch nicht fertig aber vielleicht gibt es da noch eine puppe in dem ferienhaus oder so irgendwie sowas wo müsste jetzt ein alarm den roten effekt hätten sie aber auch ein bisschen reduzieren können ist schon sehr penetrant die ausweichen geht noch wenn man verletzt ist das blickfeld links rum oh noch hier cool dass du das video bis zum ende geschaut hast lass Jill nicht zu lange warten klick doch hier für das nächste video und vielleicht ein abo dalassen vielen dank und bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal